Musik Herzlich willkommen zusammen, diesmal nicht aus dem Lade-Screen, sondern direkt aus dem Safe-Room für die nächste Folge von Left 4 Dead und wir sind Richtung Bühne unterwegs, um unsere Ärsche zu retten und wenn ich wir meine, dann meine ich hier einmal das Brienchen Hallo Dann einmal Mr. Knopp Hi Der gerade als inaktiv da steht, weil er meinte, er wüsste zu nikotisieren Und dabei diesmal Death Soldier, oder wie wir ihn auch nennen, Philipp Und meine Wenigkeit, und meine Wenigkeit, der Fox Und wir arbeiten uns jetzt Richtung Bühne Oh, da hab ich aber ein Loch gerade geschossen Richtung Bühne durch, wo das Grande Finale de Musik sein wird Und ja, ich würde sagen, wir schnitzeln uns mal Richtung Apokalypse Mal gucken, ob hier jemand in der Raumschlube da ist Hat doch alle eure Konzertkarten mit, sonst kommen wir da nicht rein Ja sicher Na klar, auf jeden Fall Mein, mein... Oh mein Gott, Clown! Ja, seid getrötet! Wuhu! Ähm... Mein Eindruck ist natürlich blödig sein Ich hab eine blutige Karte dabei Was bringst du da mit alles? Sag mal... So, wir machen jetzt die Bühne ready für den Knoppi Wir machen die Bühne ready für die Knoppi Wir machen jetzt ein kleiner Eintrag für ihn Und... Hallo! Also bitte, ja... Wir sind hier mitten in der Aufnahme Konntest du für dich selbst das Feuer aktivieren Ja, und jetzt... Ähm... Yeah, wuhu! Ich danke dir, Knoppi, für diese Unglaublichkeit... Äh... Eingabe dafür Das haben wir lange geprobt Und, äh... Ihr findet den Link zu weiterer Musik Nicht nur diesen kleinen Ausschnitt Äh... In unserer Beschreibung Zu seiner... Äh... Soundcloud Und zu seiner Facebook-Seite Und zu seinem, äh... Anal-Penetrations-Gewerbe Ah... Alles klar! Da hab ich da selber nix verlagen! Ja, es gibt immer neue Dinge Weißt du doch So! Jetzt geht's hier... Jetzt geht hier die Party aber ab Oh ja, der... Oh, ich hör schon was Geht mir hier auf der Bühne vielleicht? Ne, ich würd da weggehen Wir müssen ja eh nicht von der Bühne hin, naja Deswegen, äh... Ich bin hier oben auf dem Turm Nein! Aber ich bräuchte eventuell Hilfe Hilfe! Wenn ich eine Hand zu höre Ja, die hat er nicht Da hat er dich Kommst du mal auf den Turm? Nee, nicht alle... Oh, oh, oh! Hilfe! Oh, oh! Hilfe! Wo seid ihr? Danke Ja, wie wär's denn da einfach bei uns bleibt statt hier so egomanisch wie du bist Dich, äh, verziehst Ja! Hilfe! Hallo! Mach mal zu! Warum schreist du Hilfe, Simon? Weil ich auch auf dem Boden lag Oh! Hätte ich mal nicht gekickt Oh! Oh! Glaube, es kommt gleich was Böses Oh, oh! Ich will nicht! Ich bin zu jung und zu schön zum sterben Zumindest zu jung! So! Oh, shit! Weg hier! Weg hier! Brauch mal eben Deckung Geh doch hier hoch, wenn du Deckung brauchst Wir haben übrigens hier noch Wo sehen die denn alle? Wir haben übrigens hier noch im Notfall haben wir hier, ähm De-Free's 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 oben, dann hoch Falls also einer down geht, können wir uns de-free'en Jo De-Aschilden Ich glaube Da kommt doch noch nix Ich brauch unbedingt Warum hab ich kein Medi-Pack? Jockey! 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 Warum hab ich kein Medi-Pack? Hat er ja Medi-Pack für mich, sonst sieht es echt dubbel für mich aus Äh, sind die oben nicht hier unten? Unten an der Bühne liegen noch welche Schön Aufpassen! Ja, genau, da! Hier liegt eins Bank Oder hier Eigentlich, egal Wo ist rein? Wo, 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 wo? Ach, da! Genau, ja, danke Schenk, 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 schenk Schenk, schenk, schenk Schenk, 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 schenk Defendet nicht Oh mein Gott! Volli! Deckung, es wird heiß Ich wollt sagen, gut getroffen, wa? Weiter schießen! Munition! Elektroshocker! Komm mal hoch Ja, läuft doch jetzt ein Jut hier! Weil we cause we can, wa? Ja, tank ist kaputt Definitiv So, wo bleibt der Heli? Kann der Penner jetzt endlich mal erscheinen? Weil die Musik ist auch aus Und das ist eigentlich so das Zeichen, dass so langsam der Heli kommen kann, ne? Das wäre das Beste, wenn das Spiel jetzt bugt, ne? Kommt das Finale, Junge? Söne in die Menge rein, wo shit Brenne! So! Ui, 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 da kommen uns viele Zombies getrunken Ah! Welcher Hunter? Ah, es hat nochmal getrunken! Ah, es hat nochmal getrunken! Oh! Warte, da kommt noch einer! Ja, es hat nochmal getrunken! Man muss ja gucken, dass es trittet Was kann man tun sich denn da machen? Du musst mit der rechten Maustaste ihn einfach schlagen Achso! Und wenn du 10 davon hast, kriegst du einen Erfolg! Das ist der Sinn des Ganzen! Oh! Oh, ich müsste mich mal heilen gerade, ne? Oh, sorry! Ich brauche Muni vor allem, das finde ich nicht So! Sieht doch ganz gut aus, bis jetzt, ob wir hier produzieren, ne? Das noch ein bisschen dauern! Oh! Muss auch klauen! Da! Bei mir ist der, braucht der Tod! Den hat Philipp gerade getötet! Was denn? Ja, warte, ich hab den da mal mit dem Topf in die Wand und so Wer das erlebt denn nicht? Wir haben irgendwo doch noch Mollys oder sowas, oder nicht? Ja, die sind aufgebraucht Ach! Nein, ich hab hier noch was Schönes! Ich hab noch mal Spielzeug jetzt! Wo hast du das Spielzeug? Der hat tatsächlich noch Spielzeug gefunden! Der guckt den Kracher! Ah, super! Sauber rausschmissen die für nix! Das bringt auch was, wenn du überhaupt keine Ahnung bist! Na, das war jetzt was ich gemessen! Zeig von rechts! Oh! Haben wir Mollys? Ich hab den Stein gegen die Schäden gekriegt! Ah, der Tank geht gleich down! Der hält nicht lange! Das Problem ist, hat hier irgendjemand irgendwie so eine Krille oder sowas? Ja, ich hab noch welche! Richtig gut gebraucht, weil meine Lebensanzeige gerade äh... Wo bist denn du? Nicht cool! Tank is down! Tank is down! Bin hier! Wir hatten hier so laut geschrien, dass der Tank kommt! Ja, ne, wir können mal stehen! Ich geh mal zum Knopf hin! Ich geh mal zum Knopf hin! Cool! Ist cool! Wuuu! Helikopter! Kann mir aber! Tut mir leid! Helikopter! Lauft! 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 Nicht cool, Leute! Aber nicht cool! Nein! Kannst das noch geschafft! Das noch geschafft! Das noch geschafft! Wuuu! Wuuu! Damit, äh, haben wir auch das unglaubliche Konzert hinter uns gebracht! Und alle zusammen vor allem! Yep! Und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal! Wir machen den Abschmall natürlich wieder ablaufen! Ähm, ich werde statt der Abschmallmusik hier noch ein bisschen was von dem Knoppus runterladen, reinladen! Und, äh, werde dementsprechend dann bis zum nächsten Mal sagen, wenn's dann wieder heißt, zu Left 4 Dead in der nächsten Map! Und, ja, jetzt würde ich sagen, sind wir einfach alle leise und lassen den Abschmall wirken! Mit der Musik von dem Herrn von und zu Knoppus! Bis dann! Wuuu! Wuuu! Atualm 4 дней 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020